Er wurde laut und in dem Moment, wo sie sich wie gewohnt in ihren Mustern im Schneckenhaus vergriechen wollte, erinnerte sie sich an diese Erkenntnis der Selbstliebe, nicht alles verdient meine Reaktion. Und sie konnte in dieser Erkenntnis durchatmen, ruhig werden und eine Kraft in sich schöpfen, klar und deutlich sich dem Vater gegenüber zum ersten Mal im Leben zu äußern. Und die Ausstrahlung, die sie in dem Moment aus der inneren Überzeugung gehabt hat, blieb für ihn nicht zu übersehen, sodass er ihr zum ersten Mal im Leben zugehört hat, ihre Idee für wunderbar empfand und dadurch ist ein wundervolles Vater-Tochter-Projekt. sogar entstanden.